Jo Leute was geht, willkommen zurück zu The First Descendant, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, aber Nexon, genauso wie ich es gesagt habe, hat direkt am nächsten Tag von Season 1 eine Note rausgehauen, Death Note 13 glaube ich, dass ein Hotfix kommen wird, ein Hotfix kam er jetzt schon und nächste Woche kriegen wir an 1.1.1 nochmal einen großen Hotfix und da sind ein paar Sachen drin Leute, darüber müssen wir sprechen. Nein, zuallererst möchte ich eine Sache noch zeigen, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft, wenn ihr auf der Konsole Start gedrückt habt und hier seid, dann könnt ihr hier genau über mir auf Events gehen und hier gibt es jeden Tag aktuell Sachen zu bekommen, also wie ihr seht gibt es einmal Aufgaben, die könnt ihr einmal machen und einmal dieses D und mit Daily und wieso sage ich euch das? Man kann hier jeden Tag eine Million bekommen, wenn man vier Missionen abschließt, deswegen für alle, die vielleicht jetzt erstmal in den nächsten Tagen nicht spielen oder nicht so viel spielen wollen, holt euch diese Millionen, ihr wisst wie viel Gold das ist, hier habe ich schon zwei Sachen abgeschlossen. Jeden Tag gibt es hier einen 5 Stunden Erfahrungsboost, ein paar Items und ganz wichtig, auch wenn ihr die Invasionsmissionen vielleicht nicht so mögt, jede Invasion gibt eine Million oder sogar noch ein bisschen mehr als eine Million Gold. Hier steht es zu 100% 1,25 Millionen Gold, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen, das heißt aktuell kann man jeden Tag 5 Millionen Gold bekommen und ihr alle wisst wie selten Gold ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal auf die Fixes ein, erstmal kam schon Hotfix, der ist jetzt schon aktiv, der hat gemacht, dass in den normalen Operationen, wenn ihr hier Haley euch die Materialen anguckt, die ihr braucht, dann hatte man ja auch die Möglichkeit, habe ich euch ja gezeigt, auch in zwei normalen Missionen dieses Material zu bekommen, nur halt nicht zu 100%, sondern zu einem geringen Prozentsatz und hier wurde die Chance erhöht. Insgesamt angeblich mal zwei, aber man weiß es hier noch nicht so ganz genau, ja, bleibt abzuwarten, ob wir da harte Zahlen jemals bekommen, aber ja, das wurde auf jeden Fall erhöht, jetzt schon und nächste Woche kommt ein Fix, der einiges ändert. Zuallererst einmal die Änderung zu den Invasionsdungeons, zu den normalen Dungeons, habe ich euch gerade erklärt, bei den Invasionsdungeons wird es erst nächste Woche eine Änderung geben und wie gesagt, die Drops werden sich verdoppeln, das heißt anstatt drei werdet ihr sechs, pro Invasionsdungeons bekommen, zusätzlich werden einige Puzzle reduziert, die Gegnerspawns werden reduziert, es wird also insgesamt etwas einfacher werden, finde ich auf jeden Fall den richtigen Move. Ich fand ja die Idee der Objectives ganz cool, aber in der Zeit, die man schaffen musste, einfach zu schwer und nicht zu schwer im Sinne von, oh, ich schaffe das gar nicht, das ist natürlich schaffbar, ist ja jetzt keine Kernphysik, aber zu schwer, um in einem überschaubaren Tempo Hayley freizuspielen und für alle Free-to-Play-Leute unter euch war es halt einfach quasi unmöglich, in einer überschaubaren Zeit Hayley freizuspielen, deswegen da auf jeden Fall gut, dass die Mechanic da ein wenig entschärft wurde und die Drops verdoppelt wurden. Ich hoffe, dass man dann mit den verdoppelten Drops in normalen Missionen Hayley auch in einer Woche oder so fahren kann oder in drei, vier, fünf Tagen, das bleibt dann auch ein bisschen abzuwarten, wie die Änderung dann tatsächlich aussieht. Außerdem gibt es eine Änderung zu den Reinforcement Buffs. Diese Buffs hier, da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich die nicht so cool finde, hier werden alle Penalties entfernt und einzelne Buffs verstärkt. Ich hatte das Gefühl, dass die Dinger hier sich überhaupt gar nicht lohnen, da wird auch nochmal alles ein wenig angepasst. Und eine Sache, das habe ich so gar nicht kommen sehen und ich glaube, das weiß der ein oder andere von euch auch noch nicht, Es wird nächste Woche auch in den Invasions-Dungeons möglich sein, Multiplayer zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber sie planen, einen Multiplayer reinzubringen, sodass wir die Invasions-Dungeons eben nicht nur Solo machen können. Ich weiß, dass viele es sehr schade finden, dass man in einem, ja, MMO-Multiplayer-Game Solo etwas machen muss. Und natürlich kann man jetzt wieder sagen, oh, da lassen sich Leute wieder carryen. Aber es ist ja viel einfacher, als wenn man sich absprechen kann. Dann stellt euch vor, ihr habt eine Vierer-Gruppe, einer stellt sich oben auf die Plattform und sagt, ey, wir brauchen Rot, Gelb und Blau. Und sagt, ihr müsst die Plattform nehmen, die Plattform nehmen, die Plattform nehmen. Ist für mich als Streamer natürlich auch viel cooler, wenn ich mit euch zusammenzocken kann. Und einer, ich stelle mich oben drauf und ihr könnt dann genau, einer nimmt jeden Button. Ist natürlich viel einfacher, als wenn man alleine alles machen muss. Dasselbe gilt auch für die Drohnen. Kann natürlich auch mit Randoms dafür sorgen, dass ein Random die ganze Zeit Unsinn macht. Aber wenn ihr mit einem Kollegen oder mit mehreren Freunden spielt, ist es auf jeden Fall sehr viel cooler, wenn man sich da ein bisschen selber aushelfen kann. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lösung. Aber ich finde es ganz komisch, dass man erst, ja, einen Tag später nach diesem riesen Aufschrei der Community darauf kommt, wieso man nicht vor darauf kommt. Und das ist auch ein gutes Stichwort. In Zukunft soll es wohl sowas wie eine Fokusgruppe geben. Ich weiß nicht, wer das sein soll und wie die ausgewählt werden. Aber in Zukunft wird es so sein, so wie ein PTR zum Beispiel bei Diablo oder ein PTS, dass wahrscheinlich Dinge vorher geplant werden von außen stehenden Leuten. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dabei sein kann und werde als deutscher kleiner Streamer. Aber sollte ich da was hören, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall der richtige Schritt und ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht nochmal so ein Desaster haben. Ich bin auch gespannt, ob sich nochmal was ändert an den Update 2 und 3 Dates. Weil aktuell dauert es ja noch ewig, bis dann Update 2 und auch Update 3 kommt. Können wir auch vorstellen, dass das ein klein wenig nach vorne gezogen wird. In der Vergangenheit war es schon oft so, dass Updates ein, zwei Tage vorverlegt wurden, ohne dass jemand danach gefragt hatte. Und jetzt mit Season 1, wenn die Spielerzahl ein wenig runtergehen wird, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Update vorgezogen wird oder andere Updates reinkommen. Erinnert euch die ganzen letzten Wochen. Ich bin komplett immer noch geflasht, wie schnell sie reagieren und wie wirklich jede Woche ein neues Update rausgekommen ist. Auch schon vor der ersten Saison. Jede Woche kam ein neues Update und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein neuer Charakter oder noch mehr in der Pipeline ist, wovon wir noch gar nichts wissen und was dann aus dem Nix released wird. Unabhängig davon, was die Roadmap sagt in Season 1. Da müssen wir auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr an das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen, da werde ich euch natürlich von berichten. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eigentlich ja durch die Bank weg positiv. Das Einzige ist, was komisch ist, ist, dass das halt nicht vorher schon aufgefallen ist, sondern jetzt wirklich einen Tag. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Also, wie schnell auch reagiert wurde, innerhalb einer Nacht kam der Hotfix raus. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass, wie schnell da die Droprate geändert wurde. Ein paar kleine andere Änderungen kamen auch rein, aber das ist nicht der Rede wert, aber ist schon sehr, sehr crazy, wie schnell hier wieder auf die Community gehört werden, ja, gehört wurde. Ist nur schade, dass darauf gehört werden musste. Es wäre ja schöner, wenn man als Community sagen würde, boah, das ist richtig geil und besser hätten wir uns nicht vorstellen können. Wäre natürlich von Anfang an ein bisschen schöner, aber ja, will ich mich nicht zu sehr beschweren. Ist auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich schon nächste Woche mit euch zusammen, die Invasionen zu spielen. Denn auch wenn ich Heli schon habe, das Geld, das Gold, das lohnt sich natürlich. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch alle abholen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.